Will ich noch schnell für mich? Wieder die Kunde. Entschuldigung. Und runter! Ein Hoch auf die Landwirte! Entschuldigung, jetzt hat er die Koordination. Was ist denn los jetzt? Schnell zu ziehen. So ein schöner Fallwechsel. Was ist denn los? Das Problem ist, dass die von jetzt ist. Das ist der letzte Kober. So ein Schuss. Hat er nicht? Du sollst aber vorher posten. 4-2! Aber noch gewissen. Die Reise sind noch gut. Die Reise sind noch gut. Die Reise sind noch gut. 4-2. 5-2. Das ist wenigstens immer noch ein bisschen, was sie wissen kann. Ja gut, Antin ist nicht gleich Antin, oder? Ah! Kommt mal ablegen, Manni! Der ist ja nicht so Platz. Wenn es denn trotzdem ist, der Ball meistens leer ist. Mein Mann, das ist ein bisschen anders. Ja, weil die sind doch nicht von denen. Gut, es ist wirklich ja, ich möchte ja, dass der andere Topspiel sind. Wo ich zum Beispiel am Anfang, der Ball nicht noch nie gehabt habe, der ist ja auf der Rückhand gespielt. Und da waren sie so hart. Also wir haben sie noch über den Tisch flach und so hart, und da habe ich keine Chance. Dann habe ich da halt ausnahmslos aufgefahren. Ja, der ist mal hart! Ich suche nicht mehr, jetzt geht nicht mehr. Ja! 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 Wunderbar! Servus. Servus. Tschüss. Hat keine Chance, oder? Der Bani hat gut getroffen. Jeden Ball hat er getroffen. Ich dachte, ich mache es so, bis er umfällt und tot ist. Ja, da kann es lang machen. Der Bani hat gut getroffen. Der Bani hat gut getroffen. Nur der Kopf. Jetzt ist es besser. Kommen wir mal.